In diesem Tutorial werden wir uns anschauen, wie man die Wendepunkte einer Funktion rechnerisch bestimmen und nachweisen kann. Um den rechnerischen Ansatz besser zu verstehen, werden wir uns zuerst das Ganze anhand eines Graphens vorstellen. Wir haben hier eine Funktion f von x und unser erster Ziel wird sein, die Wendepunkte zu identifizieren. Dafür gibt es so einen kleinen Trick oder eine kleine Eselsbrücke. Man stellt sich dieser Kurve als eine Straße vor und man fährt mit dem Fahrrad oder mit dem Auto einfach von links nach rechts. Und immer dort, wo man das Gefühl hat, man muss jetzt an den Lenkrad ziehen, dann hat man einen Wendepunkt. Also probieren wir es. Wir fangen hier unten links an und fahren zuerst entlang dieser Rechtskurve, bis wir hier ungefähr an dieser Stelle wieder nach links wenden müssen. Deshalb haben wir hier eine Wendestelle. Dann fahren wir weiterhin entlang dieser Linkskurve, bis wir wieder auf eine Rechtskurve treffen. Das bedeutet, auch hier werden wir eine Wendestelle haben und dann weiter entlang dieser Rechtskurve und dann kommt wieder eine Linkskurve. Das bedeutet, hier werden wir auch eine Wendestelle haben. Die ersten zwei Wendepunkte sind ganz normale, allgemeine Wendepunkte. Unser dritter Wendepunkt ist ein ganz besonderer Wendepunkt und zwar mit der Steigung 0. Wenn ich hier eine Tangente an dieser Stelle zeichne, dann wird sie die Steigung 0 haben. Und so einen Wendepunkt nennt man Sattelpunkt. Mit Hilfe von diesem Trick haben wir jetzt herausgefunden, dass die Wendepunkte einfach die Grenzen der Krümmungsbereiche für eine Funktion sind. Das wird das in die Stellen, wo wir einen Übergang von einer rechts in einer links oder von einer links in eine Rechtskurve haben. Und zur Erinnerung, die Krümmung einer Funktion wird immer durch die zweite Ableitung beschrieben. Da wir in dieser Punkte gar keine Krümmung haben, wir haben nur den Übergang von einer rechts in einer links oder von einer links in eine Rechtskurve, bedeutet das, dass die zweite Ableitung gleich 0 sein muss. Also das ist der Ansatz, mit dem wir die Wendestellen bestimmen werden. Und nicht vergessen, es gibt auch diesen besonderen Wendepunkt, der sogenannte Sattelpunkt. Es ist nichts anderes als ein Wendepunkt mit der Steigung 0. Bevor wir jetzt gleich zu unserer Beispielaufgabe gehen, wollen wir uns noch kurz eine Übersichtsschema anschauen, mit dem man die Wendepunkte bestimmen und nachweisen kann. Ja, die Wendepunkte müssen auch nachgewiesen werden, genauso wie Hoch- und Tiefpunkte. An die notwendigen Bedingungen könnt ihr euch bestimmt noch erinnern. Man muss die zweite Ableitung gleich 0 setzen. Und jetzt fängt der Spaß erst an. In erster Reihe müssen wir diese Gleichung lösen. Wir gehen davon aus, wir haben jetzt die zweite Ableitung 0 gesetzt, die Gleichung nach x aufgelöst und wir haben zwei Lösungen raus, x1 und x2. Genauso wie bei Hoch- und Tiefpunkten müssen wir deren Existenz überprüfen. Und die einfachste Möglichkeit ist mit Hilfe der dritten Ableitung. Und dafür nehmen wir diese zwei Werte, x1 und x2 und setzen sie in der dritten Ableitung. An dieser Stelle gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ist die dritte Ableitung verschieden von 0, also hier ist es völlig egal, ob positiv oder negatives Ergebnis rauskommt, Hauptsache nicht 0. Dann kann man sagen, mit gutem Gewissen, dass der Wendepunkt existiert. Oder die dritte Ableitung ist 0. Das bedeutet nicht, dass kein Wendepunkt existiert, sondern nur, dass diese Überprüfung scheitert. Und wir müssen eine erweiterte Überprüfung mit Hilfe des Vorzeichenwechsels in der zweiten Ableitung durchführen. VZW ist an dieser Stelle die Abkürzung für Vorzeichenwechsel. So, indem man diese Überprüfung durchführt, gibt es wieder zwei Möglichkeiten. Entweder gibt es einen Vorzeichenwechsel von Plus nach Minus oder von Minus nach Plus, dann existiert der Wendepunkt. Oder es gibt keinen Vorzeichenwechsel, dann gibt es auch keinen Wendepunkt. Was man an dieser Stelle noch erwähnen könnte, ist die Tatsache, wenn man die Y-Koordinate des Wendepunktes noch sucht, dann muss man natürlich dafür die X-Werte in die Ausgangs- oder Anfangsfunktion f von X einsetzen. Lasst euch bitte an dieser Stelle von diesen umfangreichen Nachweisschema nicht entmutigen. In Wirklichkeit, oder kurz gesagt in 95% der Fälle, ist es eigentlich eine sehr, sehr kurze Rechnung. Und zwar, hier an dieser Stelle endet alles. Man muss nur den X-Wert bestimmen und ihn in der dritten Ableitung nachweisen, damit ist die Sache schon erledigt. Nur in wenigen Fällen muss man wirklich das ganze Schema hier durchackern. Und jetzt sind wir schon bei unserer ersten Beispielaufgabe. Wir haben vorher gesehen, für die Bestimmung und Überprüfung der Wendepunkte brauchen wir die zweite und die dritte Ableitung. Deshalb müssen wir ein bisschen Vorarbeit leisten. Also ich bilde hier die ersten drei Ableitungen für diese Funktion. Also F' von X ist dann entsprechend, die 4 kommen nach vorne. 4 durch 4 sind 1, also bleibt nur noch X hoch 3. Minus, hier kommen die 2 nach vorne, kürzlich mit der unteren 2 hier. Und dann bleiben 3X stehen. Das ist die erste. Jetzt kommt die zweite Ableitung. Und dann haben wir 3X² minus 3. Und die dritte Ableitung ist in diesem Fall einfach 6X. Gut, als erstes müssen wir die zweite Ableitung gleich 0 setzen. Also unser Ansatz lautet F' von X ist gleich 0. Und das bedeutet für uns, 3X² minus 3 soll 0 sein. Wir formen ein bisschen um. Also erstmal plus 3. Dann haben wir 3X² sind gleich 3. Dann natürlich geteilt durch 3. Somit ist X² gleich 1. Nachdem wir Wurzel ziehen, haben wir selbstverständlich zwei Lösungen. X1 ist 1 und X2 ist minus 1. Als nächstes müssen wir diese Lösungen überprüfen. Also wir müssen die Existenz der Wendepunkte überprüfen. Und das erfolgt mit Hilfe der dritten Ableitung. Wir setzen diese Werte einfach in die dritte Ableitung. Also ich habe dann F' von 1. Und das ist dann natürlich 6 mal 1, was wiederum 6 sind. Und die einzige Existenzvoraussetzung war, dass es verschieden von 0 ist. Und das ist sie natürlich. Also unser erster Wendepunkt existiert. Und natürlich, wenn wir jetzt die Minusseinszeilen setzen, haben wir dann minus 6 raus. Und das ist auch verschieden von 0. Der zweite Wendepunkt existiert auch. Das einzige, was wir noch brauchen, sind die Y-Koordinaten. Ich schreibe mal kurz hier hin. Y-Koordinaten. Und dafür nehmen wir diese zwei X-Werte, X1 und X2, und setzen sie natürlich in die Ausgangsfunktion. Das bedeutet für uns, F von 1 ist gleich 1 Viertel mal 1 hoch 4 minus 3 halbe mal 1 hoch 2. Und wenn wir das Ganze zusammenfassen, haben wir dann 1 Viertel minus 3 halbe. Den hinteren Bruch können wir mit 2 erweitern. Dann sind das 6 Viertel und 1 Viertel minus 6 Viertel sind minus 5 Viertel. Also das wäre auch unser erster Wendepunkt. W1 von Koordinaten 1 und minus 5 Viertel. Und für den zweiten Wendepunkt natürlich die gleiche Geschichte. Wir setzen wieder die minus 1 ein. Dann haben wir 1 Viertel mal minus 1 hoch 4 minus 3 halbe mal minus 1 hoch 2. Und wegen der hoch 4 und hoch 2 wird die minus 1 immer zu einer 1. Also es kommt das gleiche Ergebnis raus. Das ist nur Zufall, weil es eine achsensymmetrische Funktion ist. Und deshalb lautet der zweite Wendepunkt minus 1 und minus 5 Viertel. Nach diesem ersten einfachen Beispiel schauen wir uns jetzt die besonderen Fälle an. Also wir gehen genauso wie vorher vor. In der ersten Reihe bilden wir die ersten drei Ableitungen. Also hier an dieser Stelle habe ich wieder F' von X. Es ist dann gleich 10 X auf 4 und die 1 fällt weg. Dann die zweite Ableitung entsprechend 40 X auf 3. Und die dritte Ableitung wäre dann natürlich 120 X². So wie vorher, als erstes setzen wir die zweite Ableitung gleich 0 und haben wir in diesem Fall 40 X auf 3 sind 0. Dann teilen wir selbstverständlich durch 40 X auf 3 ist 0. Ziehen dann die dritte Wurzel und damit haben wir natürlich X ist 0. Dann müssen wir diese Lösung in die dritte Ableitung überprüfen. Also wir setzen diesen Wert 0 in die dritte Ableitung. Und jetzt passiert tatsächlich, dass das die dritte Ableitung 0 wird. Das bedeutet, diese Überprüfung ist gescheitert. Und jetzt müssen wir das Vorzeichenwechsel in der zweiten Ableitung überprüfen. Also ich schreibe hier kurz VZW in F' von X überprüfen. Das bedeutet, wir stellen uns sozusagen die X-Achse vor. Wir tragen diesen Wert ein, das wir herausgefunden haben, also die 0. Und wir müssen einmal links und einmal rechts vor diesem Wert das Vorzeichen der zweiten Ableitung überprüfen. Deshalb wählen wir zwei Werte aus. Also auf der rechten Seite ist das einfachste Wert, was ich wählen kann, natürlich die 1. Und auf der linken Seite die minus 1. Und diese zwei Werte setzen wir in die zweite Ableitung. Wenn ich hier die 1 einsetze, dann habe ich 40 mal 1 hoch 30 natürlich 40. Also das bedeutet, es kommt was Positives raus. Und wenn ich die minus 1 einsetze, dann minus 1 hoch 30 minus 1, dann habe ich natürlich minus 40. Das bedeutet, auf der linken Seite kommt was Negatives raus. Uns interessiert nur das Vorzeichenwechsel und das ist natürlich vorhanden. Also unser Wendepunkt existiert. Deswegen bestimmen wir jetzt noch kurz die Y-Koordinate. Also dafür setzen wir diesen X-Wert 0 in die Anfangsfunktion. Kurz gesagt, wir berechnen F von 0. Und das ist natürlich 2 mal 0 hoch 5 plus 1 und das sind dann 1. Kurz gesagt, Wendepunkt hat die Koordinaten 0'1. Und wir haben jetzt noch ein drittes Beispiel hier, wo natürlich auch eine Besonderheit vorkommt. Auch hier möchten wir die Wendepunkte des Graphen bestimmen. Dafür fange ich genauso wie vorher an. Das bedeutet, ich bilde die ersten drei Ableitungen. Also F' von X ist dann entsprechend X hoch 3 plus 4. Dann die zweite Ableitung ist 3X². Die 4 fällt weg. Und die dritte Ableitung sind 6X. So wie vorher, setze ich auch hier die zweite Ableitung gleich 0. Dabei haben wir in diesem Fall 3X² sind 0. Geteilt durch 3X² ist 0. Natürlich ziehen wir die Wurzel und damit haben wir X gleich 0. Bei der Überprüfung in die dritte Ableitung wird das gleiche wie im Beispiel 2 passieren. Und zwar, wenn wir jetzt in die dritte Ableitung die 0 einsetzen, dann haben wir natürlich 6 mal 0. Und das ist 0. Das bedeutet, diese Überprüfung reicht nicht aus, sondern wir müssen wieder umsteigen auf den Vorzeichenwechsel in die zweite Ableitung. Und wenn wir uns erneut die X-Achse vorstellen an dieser Stelle und diese 0 eintragen, dann werden wir selbstverständlich wieder rechts und links überprüfen in die zweite Ableitung. Einmal mit der 1 und einmal mit der minus 1. Und wenn ich jetzt 1 in die zweite Ableitung einsetze, dann werde ich natürlich 3 haben. Also was Positives kommt hier raus. Und wenn ich die minus 1 einsetze, werde ich ebenfalls, minus 1 auf 2 sind auch 1, werde ich ebenfalls 3 haben. Also auch was Positives. Also an dieser Stelle haben wir jetzt keinen Vorzeichenwechsel. Wir gehen von Plus zu Plus. Das bedeutet, es gibt auch keine Wendestelle. Deshalb ist es auch nicht notwendig, irgendeine Y-Koordinate zu bestimmen oder wie auch immer. Also keine Wendestelle. Damit ist es schon nachgewiesen. Zum Schluss noch ein paar Hinweise. Es gibt natürlich weitere zusammenhängende Themen. Wie zum Beispiel die Bestimmung der Extrempunkte. Dann grafische Ableitung oder Differenzation. So wie grafische Aufleitung oder die Integralfunktion. Wenn ihr Tutorials zu einigen dieser Themen sucht, findet ihr alles im Abspann. Ihr seht in die Wandshade.